Immer wieder sprechen sie hier über dasselbe Thema, die Entführungen der Mädchen aus Chibok vor drei Jahren. Sie kommen selbst aus dem kleinen Ort, leben mittlerweile in der Provinzhauptstadt Maiduguri. Ajuba Alamsons Schwester konnte kurz nach der Entführung flüchten, aber gleich vier seiner Cousinen werden noch immer vermisst. Ich fühle mich sehr schlecht, schau dir doch mein Gesicht an, ich sehe aus wie ein alter Mann. Die Entführung der Mädchen hat mein Leben mit Stress gefüllt und das der Eltern. Wir leben immer noch in Ungewissheit. Seit drei Jahren haben wir keine glaubhaften Informationen über sie erhalten, ob sie am Leben sind oder nicht. Nur unser Glaube hilft uns darauf zu hoffen, dass sie am Leben sind. Im Oktober ließ Boko Haram 21 Mädchen frei, doch seitdem gibt es keine Neuigkeiten. Das nigerianische Militär sagt, dass alle Gebiete, die einst von Boko Haram besetzt waren, wieder zurückerobert wurden. 30.000 Zivilisten wurden dabei befreit, sagt der Kommandant der Operation im Nordosten Nigerias. Lange wurden die Chibok-Mädchen im riesigen Sambisa-Wald vermutet, doch noch immer gibt es keine Spur. Wir durchsuchen den Wald von einer Seite zur anderen. Deshalb ist die Operation noch nicht vorbei. Wir glauben, dass wir sie dabei finden werden, solange sie noch auf nigerianischem Boden sind. Seit fast zwei Jahren ist Präsident Mohamedou Buhari an der Macht. Eines seiner Wahlversprechen war, den Kampf gegen Boko Haram voranzutreiben. Und darin kann er in der Tat Erfolge vorweisen. Aber er hat auch versprochen, die Chibok-Mädchen zurückzubringen. Und darin hat er bisher versagt. Adjuba Alamson hat das Vertrauen in seine Regierung verloren. Weder der frühere noch der aktuelle Präsident hätten jemals Chibok besucht. Und auch er plant vorerst nicht, zurückzukehren. Noch immer sei das zu gefährlich.